Grüß euch bei Bernie Sport Show. Holt euch was zum Trinken, sitzt euch nieder und viel Spaß bei der Show. Die Snowboard-Saison steht vor der Tür und natürlich werden sich wieder viele fragen, was brauche ich denn? Gibt es irgendwo ein Highlight? Gibt es irgendwas, was man haben muss? Und da schaut man natürlich gleich mal auf die Family Tree Range bei Burton, weil da sind immer so diese Schmankerl versteckt, da können sie die Designer austoben, ganz spezielle Shapes machen und da gibt es ja immer diese Klassiker in der Range, aber auch wieder heuer drei neue Modelle. Und eines von diesen neuen Modellen und eines dieser Bretter, das mir besonders ins Auge gestochen ist, ist das neue Alie Kessam. Das Alie Kessam wurde gemeinsam designt mit der Snowboard Moderator Legende Selema Masekela und umgekehrt heißt Masekela Alie Kessam. Und das Board ist sehr surf-inspiriert. Der Selema ist ja ein passionierter Surfer, aber Vorsicht, surf-inspiriert heißt da nicht, das ist ein Fisch oder sonst irgendwas, sondern das ist ein Powerboard. Und man darf das Brett jetzt nicht unterschätzen. Es hat ein triaxiales Glassing mit einem Carbon-I-Beam, wie jetzt ein Flight Attendant auch zum Beispiel, hat auch den 700g-Kern wie ein Custom oder ein Flight Attendant, aber das Board ist alles nach hinten ausgelegt. Also da hinten steckt die Power drinnen. Wer jetzt gern über den Hinternfuß snowboarden tut, wer gern die Power am Hinternfuß macht, weil er so die Törns einsetzen mag, weil er halt einen Törn aufladen möchte über den Hinternfuß, der ist mit dem Board bestens bedient. Das ist ein super spannendes Brett auch zum kaufen, weil es sehr snappig aus die Törns rauskommt. Da beschleunigst du richtig raus. Und da hat man das Board volltaugt. Also es hat mir zum Kaufen definitiv mehr taugt jetzt wie im Powder, weil es im Powder eigentlich fast ein bisschen zu powerful ist. Oder vielleicht habe ich einfach auch die falsche Größe gefahren. Zu dem komme ich dann noch dazu. Das ist nämlich ein super spannendes Thema. Das Board hat einen relativ gut ausgeprägten Camber, der in etwa bis daher geht. Und dann fangt da die Rockernose an. Also der Rocker ist jetzt bei dem Board auch nicht zu übermäßig ausgeprägt. Ein Grillmeister zum Beispiel hat eine sattere Rockernose. Also ein Grillmeister floated besser im Powder wie jetzt ein Alicresam. Allerdings ist ein Alicresam jetzt beim Eurocuffing sicher spritziger wie ein Grillmeister. Die Leute fragen mich oft, ja mit welchem Brett würdest du das vergleichen? Das kann man nicht vergleichen. Das ist ein ganz eigenes Brett mit 15 Millimeter Tepper. Also die Nose ist 15 Millimeter breiter als das Tail und vor allem ist das Tens nach hinten versetzt um 5 Zentimeter. Und wie gesagt, es ist alles nach hinten ausgelegt. Ein klassischer Direktionaler Eurocuffer, Funboard, Spaßbrett. Also ich glaube auch jeder hat mit dem Board eine Gaudi so lange nicht damit im Park fahren muss. Das Brett spielt natürlich von der Konstruktion wieder alle Stickeln, was es bei Börten gibt. Die schön ausgedünnten Pro-Tipps, der Infinite Freight, die Balanced Freight Geometrie. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut sich bitte die Videos dazu in meinem Channel an. Und jetzt kommen wir zum spannendsten Thema bei dem Board, nämlich welche Größe soll ich denn fahren? Das Brett gibt es nämlich von 136 in alle Längen aufwärts bis 160. Und Vorsicht, man muss das Board kürzer fahren als man denkt. Und ich habe überlegt, soll ich 52 fahren, soll ich 56 fahren oder nehme ich mir zum Kaufen vielleicht die 60er? Und dann habe ich mir gedacht, nein, das mal mache ich es anders. Ich nehme eine 56er Wide und ich nehme eine 56er Normal zum Testen, weil es mich einfach interessiert hat. Die Bordlänge hat mich interessiert und vor allem wollte ich einmal wissen, was die Bordbreite anbelangt. Wie verhält es sich für mich beim Snowboarden? Und spannend war das dann insofern beim Eurocarving, weil da hat mir die Wide Version irrsinnig getaugt. Da habe ich beim 156er die Kantenlänge, die ich brauche, habe die Bordbreite, die brauche, dass ich mich maximal einlegen kann. Und trotz dessen, dass das Brett 26er mittelbreit ist, ich nenne es 56, ist das superschnell gewesen vom Kantenwechsel. Also da habe ich beim Gott nicht gemerkt, dass ich auf einem White Bord stehe. Wie es aber dann am nächsten Tag zum Powdern geworden ist, habe ich dann gemerkt, oh, zum Powdern ist mir das einfach zu breit. Da bin ich dann auf die normale Bordbreite gegangen und das hat mir eigentlich dann echt getaugt. Es ist ein sehr powervolles Brett, vielleicht sogar zu powervoll. Also wenn man das gern mag im Powdern, so richtig die Törns aufladen, mit Power in die Törns reinziehen, dann spielt einem das Bord schon entgegen. Allerdings ist es auch irgendwo sehr anstrengend zu fahren. Also dieses Flowige habe ich ein bisschen vermisst, was ich jetzt zum Beispiel bei einem Grillmeister im Powdern gehabt habe. Und da muss man jetzt halt überlegen, wo ist der Einsatzbereich von dem Brett, was will man denn machen. Und dann habe ich nur einmal über die Bordlänge nachgedacht. Und ich persönlich glaube, dass die Länge 152 White beim Alicasm für mich bei 1,78 mit 80 Kilo die magische Länge gewesen wäre. Das habe ich leider nicht probieren können, aber ich glaube, dass das super agil gewesen wäre im Powdern, weil da habe ich einfach dieses kurze, kompakte, was mir also taugt für Törns. Habe aber auch die Bordbreite beim Kalf und habe diesen super kurzen, kompakten Shape. Also ich glaube, dass mir vielleicht sogar eine 152 White am meisten getaugt hätte. Und vielleicht kann ich das auch noch auspacken werden. Overall ist das Alicasm auf jeden Fall ein geiles, modernes All-Mountain Board, das speziell beim Kalfing daheim ist, beim Genuss-Cruisen daheim ist. Im Park sehe ich das Brett weniger. Ich bin gefahren mit einer Step on X beim Kalfen und mit einer Genesis im Powdern. In diesem Sinne wünsche ich euch eine guten Saisonstart und ich hoffe wir kriegen viel Kabel.